Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sitzt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haus. Niederpreisige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Die Stadt Feiglinge! Verreißer und Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheilig! Die Generalität ist doch geschmacht des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu laden, wie man Messerklammeln hält! Jahrelang hat das Militärmalar-Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden Tag nur erschüttert... Widerstand! Ich habe mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert. Verräter! Von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betragen wurden! Es wurde ein ungeheurer Verrat gehübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das auf in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich, der Volk ist! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! ов Wenn Sie, es gut ist, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 3, Untertitelung des ZDF, 2020